Okay, meine lieben Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Mario Party 1 Mit dem gefährlichen Seilsatz, die Person auf dem Seil muss bis über die Ziellinie laufen, die anderen feuern ihre Kanonen mit A ab Mario bewegen, gut bewegen, Kanone abfeuern Achte auf den Wind, nicht nur die Kanonenkugeln können dich aus der Brunnen ausbringen, auch der starke Wind kann das Okay Können die mal so aufhören, so aggressiv zu spielen? Ich muss nur noch darüber Nein Oh Ehre In der letzten Sekunde bin ich da drüben Oh my god Okay, ich lasse mir die letzten vier Runden Holy shit Aber holy moly, das war ein bisschen eng Fast ein bisschen zu eng Aber okay Okay, sieben Äh, ich hätte wieder den einen Stern zurück Dankeschön, Yoshi Und du gibst mir Oh Achso, die zehnte Person Okay Okay, jetzt verstehe ich Okay Okay, eins gegen drei Chaos Bowling, Chaos Bowling Okay, großstau ziehen Ich glaube, ich habe das ungefähr verstanden, wie mein Import funktioniert Nein Nein Einfach nur nein Und die letzte fünf Runden Ich bin Cooper Die fünf und letzten Runden Na, dann gucken wir mal Auf den Zwischenstand Letzter Mario Zweite Yashi Dritte Mario Und letzter Luigi Luigi? Was? Okay Ich bin gespannt, wie Luigi das aufholen will Letzter fünf Runden Letzter karte ich habe mich 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 ich glaube ich will auf das fragezeichen für jeden ich habe mich verzählt anscheinend aber falls ja das ist so klar dass sie mir einen stern klauen will deswegen habe ich ja auch die 50 mit mir zusammengespart 20 münzen für mario okay und wir spielen jetzt wo ich es mal brauche kriege ich es nicht aber jetzt wenn ich es nicht gebrauchen kann kommt es als mini spiel ist ja klar er ist nur auf luigi und joshi gegangen ich war für ich war für mario einfach nicht existent okay für mario war ich habe nur luft okay ich muss definitiv joshi ein stern klauen oh ich kriege ein fragezeichen punkt und mario macht plötzlich nur 10 richtiger limmel ja ich muss wieder mit dem blumige münz dusche kann ich keine spiele haben wo ich geld sammeln muss wenn ich mal alleine sein darf hallo dann gönne ich mir hier die paar coins ich habe auch ein paar mützen abbekommen aber hier ist das spiel halt wirklich im vorteil in diesem minis spiel joshida 31 30 er wird es ist eigentlich gar nicht mal super für mich ich kann mir ich kann mir einen stern kaufen ok ja aber egal luigi klingt hier wirklich so als hätte irgendwelche drogen genommen wenn marion nicht dumm ist spielt er joshi den stern ok glück 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 und wir sind draußen was gut ist doch keine zwei marion muss definitiv im nächsten zug joshida im stern clown ja schon wieder großes zauziehen ich hasse das zauziehen wir haben das hat sie mal gewonnen skandal ok aber mario muss definitiv oder ich glaube münchen von mario ja 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 ich habe ein paar münzen von luigi nicht auch zu viele ok das sind ja ich weiß ich weiß Das wird zu ekelhaft. Ich bin doch nach rechts! Ah, nach links! Alles klar. Egal. Egal, egal, egal. Ich lasse noch mal ein bisschen spannender wirken. Okay. Ich wirf nachts. Zeig mal meine Karte. Also, 4. Also, 1, 2, 3, 4. Also, ich könnte die Chancen nutzen und mir einen weiteren Zug gönnen. Oder nicht. Weil ich einfach nicht zählen kann. Natürlich wirf ich eine 1. Warum würfelst du jetzt ausgerechnet 1? Okay, vergrabener Schatz. Okay, dieses Minispiel muss ich es richten. Okay. Natürlich kriegt es UiG. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie ich mich dabei fühlen soll. Aber ich habe... So, wir haben zwei Sterne. Josch hat auch zwei. Josch hat mehr Münzen. Spielstern. Okay, wir sind schon mal im Vorteil. Yes, wir haben wieder gewonnen. Okay. Wer kriegt einen Ereignis-Stern? Was? Wir haben alle drei Bodo-Sterne? Bitte was? Ich habe es immer noch nicht glauben. Was? Nein. Was? Nein. Hä? Wie? Wie? Wie haben wir das bitte gewonnen? Wie zum Teufel haben wir das bitte gewonnen? Oh, wir sind so... Wir haben so ein Luftschiff. Ich mag Luigi. Luigi ist schon ziemlich cooler. Dude. Und Luigi auf seinem eigenen Brett gemobbt. Und wir sind der Superstar, jetzt bin ich aber echt gespannt Warte mal, das war Der dritte Sieg In Folge Oder? Ja, ja, ja Passt schon Jetzt bin ich aber echt gespannt Oh, Minispiele Also, nee Minispielmünzen 92 Uiuiui Allshaft Ich dachte Einer von den anderen hätte mindestens auch Zweimal Fragezeichenfeld betreten Aber okay Alter Ich dachte schon, wir hätten verloren Ich dachte, das ist halt wirklich Und im nächsten Part Kommt vorerst das letzte Brett dran Und dann heißt es Bis zum nächsten Part von Mario Party 1 Bis dann und ciao, ciao Meine lieben, lieben Bis zum nächsten Part Oder bis zur nächsten Party Bye, bye Schönen Tag noch Oder schönen Abend noch Oder sonst was Ciao, ciao Ciao